so da hat aber jemand ein unruhiges hack da kann ich auch gleich spritt runterstellen ich kann doch mal raus und wenn das dann wieder nicht klappt habe ich zur not immer noch ein fachmann oh ja oh ja oh ja sollte reichen was bis gefahren 8 4 breg ich hab Wow, so schlecht. Hey. Konntest du nichts machen, selbst die ist nicht deine Schuld gewesen, war deine. Ich wollte, ich habe die Lenkung noch aufgemacht, aber... Ja, alles gut, das war nicht deine Schuld. Danke. Ich habe Flüschern. Ah, nee. Stille Wasser blinkt. Vielleicht ist es gar nicht Stille Wasser, sondern ein Nugget. Er ist Wasser. Thomas, drei Sekunden auf Platz 11. Ich habe ihn. Hiper in der Box. Boah, Hiper acht Sekunden, Halleluja. Ja, drei plus fünf. Wolf Nix. Ich bin hinter Keks, schade. Ich bin hinter Viertelfen. Wir machen heute noch einen Boxen-Stop, einen Boxen-Stop noch mit unserer Strategie. Keks war schon stoppen, ne? Wieso gibt der mir jetzt Weiße? Ich habe Geld eingestellt. Ach du heilige Scheiße. Ja, das war es jetzt, glaube ich. Du hast für den Vorfall vorhin eine Zeitstrafe erhalten. Zweite Verwarnung, drei Sekunden, perfekt. Oh, der hat jetzt aber auf jeden Fall die War of Champions geküsst. ja, der kommt, kann darum komplett quer raus. Wer? Äh, work-site, fordjo. Als ob der ist nur mit mir Hinterrad eingeschlagen. Obwohl er verliert, jetzt ganz schön auf mich. er könnte eingeschlagen sein weil ich habe jetzt sofort aus dem dls-fenster bekommen vorderform mir ok fürs doch auf rot gestartet wie will er das gemacht haben geht gar nicht also eine reife nur 12 und nicht schon gewundert dass sie nicht abbauen weil ich krieg den überhaupt nicht wenn er 20 runden alte mediums hat dann dann wieder durch zwölf und sind ja okay er sagt mir nur zeit schlafen aber keine flüge schaden er gibt es ja Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Jetzt machen wir ein bisschen Puschen Gut gemacht! der abstand zum auto vor dir beträgt 5,9 sekunden lika kennt ihr es mehr gut und blickt was ich wollte aus der session geworfen thomas auch die session gibt es nicht mehr kann ich da rein joinen ja oder eigentlich ja schiit haha kommt der da an schiit dein port war boxen meiner ja ja alter das soll nicht hören ach man wahrscheinlich wegen 5 sekunden schiit 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 Fuck ey. Fuck ey. Auf jeden Fall Glückwunsch euch beiden. Auf jeden Fall Glückwunsch.